Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Morgen ist ja endlich das nächste Heimspiel für unsere Mannschaft. Es geht gegen die SV Elversberg. Heute Mittag ist ja dann auch noch die Pressekonferenz mit Karel Gerrits. Und wir blicken logischerweise auch auf alle Themen rund um dieses Spiel. Unter anderem natürlich auf Asan Uedraogo, der nun doch schon sofort zum DFB reist. Auch dort gibt es nochmal weitere Hintergründe. Wir blicken heute auch nochmal ganz genau auf Karel Gerrits, warum er sich für Schalke entschieden hat und warum vielleicht auch ein Spieler wie Ron Schallenberg unter ihm besser funktioniert. Und es gibt ganz interessante Aussagen von Axel Hever bezüglich Matthias Tillmann. Denn unser neuer Vorstandsvorsitzender soll diesen Verein tatsächlich anführen und auch deutlich sichtbarer sein als ja seine Vorgänger zuvor. Alles und mehr beraten wir so mit hier und heute in den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit der Personalie Asan Uedraogo. Denn ein wirkliches Personalupdate kann ich euch heute gar nicht geben, denn es gibt keine Neuigkeiten vom Trainingsplatz im Vergleich zum gestrigen Video. Ich denke mal heute auf der Pressekonferenz wird es bezüglich Kenan Karaman beispielsweise natürlich Neuigkeiten geben. Neuigkeiten gab es aber eben dann gestern für Uedraogo, denn er kann am Freitag, sprich morgen gegen die SV Elversberg nicht spielen. Es wurden gestern nochmal Tests durchgeführt rund um diese Verletzungen bei Uedraogo und erneut konnte eine strukturelle Verletzung im MAT ausgeschlossen werden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine wirklich gute, positive Nachricht. Uedraogo hat ja zuletzt gegen Nürnberg und auch im Pokal gegen St. Pauli wegen Problem im Oberschenkel gefehlt. und es gab eben nun verschiedene Tests. Da gab es eben wie gesagt diese Bestätigung, dass es auch weiterhin keine strukturelle Verletzung ist und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Problem an der ganzen Geschichte ist aber eben, dass diese Beschwerden, die Uedraogo hat, weiterhin anhalten und deswegen hat man eben auch mit ihm besprochen, ob er sich fit genug fühlt für das Spiel am Freitag und dort gab es eben die Antwort, nein, das ist nicht perfekt, das ist nicht optimal. Uedraogo fühlt sich nicht spielfit und kann somit die Partie gegen Elversberg nicht bestreiten. Und genau deshalb ist eben auch dadurch die Entscheidung gefallen, dass Uedraogo bereits heute und somit sofort zur U17-Nationalmannschaft des DFB nachreisen wird. Andre Hechelmann hat diese Entscheidung nochmal erklärt. Wir geben Assan, dessen war schon ab Donnerstag, in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und im behutsamen Wetter aufbauen können. Bei der U17-EM vor einigen Monaten wurde er nach einer langen Verletzung sukzessive erfolgreich integriert. Unsere klare Erwartungshaltung ist nun, dass der DFB in den neuen Schritt weisen das Team heranführt, um dann zu schauen, ob er für Turniereinsätze in Frage kommt. Denn natürlich könnte es auch sein, dass sich der Zustand bei Uedraogo nicht verbessert. Dann würde er sozusagen umsonst nach Indonesien reisen, wäre aber zumindest beim DFB-Team mit dabei und könnte vielleicht aber trotzdem nicht spielen. Das wird eben nun dort ganz genau sich angeschaut und ich finde, diese Entscheidung ist auch erstmal richtig so. Denn Uedraogo möchte gerne diese U17-WM spielen und das hat er sich meiner Meinung nach auch verdient. Und wenn er jetzt am Freitag und er somit morgen ohnehin nicht spielen kann, dann macht es eben auch Sinn, zum DFB zu reisen. Und weil es eben auch keine strukturelle Verletzung ist, ist natürlich die Perspektive ohnehin da, dass er sicherlich in den nächsten Tagen wieder voll belastbar sein wird. Und somit kann er sicherlich auch der U17-Auswahl helfen. In der Gruppenphase geht es ja dort für die Nationalmannschaft gegen Mexiko, sowie dann noch Venezuela. Das ist zum einen auch noch Neuseeland. Die Spiele sind am 12.11., am 15.11. und am 18.11. Und danach endet ja auch diese offizielle FIFA-Abstellungsperiode für die Vereine. Sprich, zu diesem Zeitpunkt wird dann nochmal erneut abgestimmt, ob Uedraogo bei der U17-Nationalmannschaft bleibt oder zurück nach Gelsenkirchen reisen wird. Das hat auch Schalke nun nochmal bestätigt. Und vor allem wird es davon abhängen, wie die persönliche Situation vor dem Spiel dann in Düsseldorf aussieht. Sollte zum Beispiel Karel Gerrads nach der Länderspielpause zu wenig Mittelfeldspieler zur Verfügung haben, dann ist es zumindest mal nicht ausgeschlossen, da Schalke auf eine vorzeitige Rückkehr pochen wird. Ich glaube allerdings schon, dass es einen Ticken realistischer ist, dass Uedraogo auch das Turnier zu Ende spielen wird, soweit eben auch der DFB kommt. Macht meiner Meinung nach auch für so einen jungen Spieler am meisten Sinn. Dann blicken wir natürlich auch auf die Akteure, die uns zur Verfügung stehen. Und da gehört logischerweise auch Ron Schannenberg hinzu. Und der hat nun mal einige interessante Aussagen getätigt, warum er vielleicht auch aktuell wieder besser in Form findet. Denn unter Karel Gerrads gab es ja einige Veränderungen, unter anderem eben auch vor dem Karlsruhe-Spiel. Denn da stand ja Schannenberg nicht in der Startelf. Das war natürlich auch durchaus überraschend für ihn selber. Aber weil man eben dann dort 0-3 verloren hat, jeder Spieler wirklich eine schwache Leistung gebracht hat, war natürlich Schannenberg in einer gewissen Art und Weise ein Gewinner unter den Verlierern. Und deswegen hat die Watz ihn auch nochmal genau diesbezüglich gefragt. Ich war nicht glücklich, dass ich nicht gespielt habe. Als Gewinner hat sich in Karlsruhe aber keiner gefühlt, der es mit dem FC Schalke hält. Wir haben viele Spiele davor verloren. Da war ich dabei. Und danach ging es aber ja auch für Schannenberg wieder aufwärts. Und er hat unter Gerrads gespielt. Es war zu sehen, dass der Trainer Trainingsleistungen belohnt, wenn man sich voll reinhaut. Und genau das hat ja Schannenberg auch getan. Und unter Karre Gerrads läuft es ja auch für ihn deutlich besser. Die Erwartungen an unserem Sommertransfer waren ja sehr, sehr groß. Und ich glaube, jeder wird mir zustimmen. Diese Erwartungen konnte Schannenberg an den ersten Spieltagen überhaupt nicht erfüllen. Ich fand, das lag teilweise auch an ihm selber. Teilweise aber sicherlich auch mit der taktischen Abstimmung. Denn Schannenberg musste ja oftmals als Sechser Räume schließen, die teilweise auch die Innenverteidiger hätten schließen müssen oder auch die Achter hätten unterstützen müssen. Er war ja oftmals auch wirklich alleingestellt im zentralen Mittelfeld. Mittlerweile läuft das aber natürlich besser. Und das liegt natürlich auch unter anderem daran, dass Gerrads die Taktik zum 3-5-2-System umgestellt hat. Sprich etwas mit defensive Stabilität. Nicht mehr dieser komplett alleinige Sechser vor zwei Innenverteidigern. Und das findet Schannenberg grundsätzlich auch gut. Du hast offensiv eine ganz andere Herangehensweise. Und in der Defensive kannst du eher mal rausstechen und Risiko gehen bei möglichen Balleroberungen. Weil du weißt, dass hinter dir noch 3-5 Spieler sind. Ich fühle mich da sehr wohl. Denn, und auch das hat Schannenberg nochmal betont, genau auf dieser Position hat er natürlich auch unter Lukas Quast, auch beim SC Paderborn, seine beste Phase. Da war er Kapitän, Führungsspieler, ganz wichtiger Anker im zentralen Mittelfeld, eben vor einer Dreierkette. Aber für Schannenberg liegt eben auch das nicht nur an der Taktik. Es gibt viele Veränderungen, was das Training angeht. Der Trainer bringt seinen Input rein. Ich glaube, man sieht ganz gut, dass die Mannschaft sehr schnell aufgenommen und es geschafft hat, das umzusetzen, was der Trainer sehen möchte. Es ist nicht alles perfekt, aber dafür arbeiten wir noch nicht so lange zusammen. Trotzdem haben wir schon zwei gute Ergebnisse eingefahren. Und ich fand, genau bei diesen zwei Siegen hat Schannenberg auch eine wirklich gute Leistung gebracht. Man darf halt immer noch nicht von ihm erwarten, dass er irgendwie ein technisch extrem starker Spieler ist und super geniale Pässe spielt. Er ist wirklich ein Staubsauger vor der Abwehr, der Räume schließt, der Meter macht, der sich durchaus auch ins Aufbauspiel einschaltet, aber wirklich auch eher unauffälliger agiert. Aber wenn er eben auch dann am Ende keine großen Fehler macht, sind wir sicherlich alle zufrieden und er dann eben auch der gewünschte Mittelfeldstabilisator sein wird. Und genau dieser ist ja Schannenberg aktuell unter Karel Gerrads und unser, ja immer noch gefühlt, neuer Trainer. Er hat sich nun mal gegenüber Hayden Newsblatt über die ganze Geschichte rund um Schalke 04 geäußert und da gab es von Karel Gerrads wirklich zahlreiche, sehr interessante Aussagen und er hat dann nochmal erklärt, wann Schalke ihn genau angefragt hat. Ich glaube, ein oder zwei Wochen bevor ich unterschrieben habe, es ging alles schnell. Die ersten Gespräche verliefen gut und dann wollte ich mir alles mit eigenen Augen ansehen. Sehen, was mein Bauchgefühl sagt. Das war auch sofort gut. Alle hier waren so offen und herzlich. Es ist wirklich ein gigantischer Klub. Ich merke hier nichts davon, dass Schalke jetzt in der zweiten Liga spielt. Zuhause sind immer mehr als 60.000 Fans dabei. Für mich ist das immer noch ein Spitzenverein, hat Gerrads auch nochmal begründet, warum er sich auch für Schalke entschieden hat und natürlich auch hat er nochmal erklärt, wie er denn Schalke von sich überzeugt hat und da hat er nochmal ausführlich die ganze Geschichte erklärt. Der Verein hat natürlich auch Gespräche mit anderen Trainern geführt, aber offenbar habe ich sie dadurch überzeugt, dass ich der bin, der ich bin. Ich habe erklärt, was meine Fußballvision ist, wie ich arbeiten möchte und wer ich als Person bin. Ich habe Bilder von Union, aber auch von Schalke selbst gezeigt. Wie möchte ich spielen? Was halte ich vom Kern? Ich hatte Schalke damals schon gut studiert und er hat eben auch nochmal darauf abgezielt, das ist eben dieses sehr, sehr lange Gespräch mit den Verantwortlichen, was er schon auf der Vorstellungspressekonferenz erzählt wurde und dazu hat Gerrads auch nochmal was gesagt. Dieses Gespräch dauerte sechs Stunden. Die letzte Stunde war schwierig, dann setzte Müdigkeit ein, aber wir hatten ein gutes Gefühl füreinander, obwohl es wirklich nicht einfach ist, hier als belgischer Trainer durchzustarten. Sie sollten wissen, da Schalke auch ein politischer Verein ist, hier handelt es sich beispielsweise um einen Aufsichtsrat, der auch dem neuen Trainer zustimmen muss. Sie können nicht einfach schnell etwas entscheiden. Darüber hinaus wählen deutsche Vereine in der Regel deutsche Trainer. Mit meiner Verpflichtung hat Schalke also tatsächlich etwas Verrücktes getan. Und ja, das kann man ja auch sicherlich durchaus so sagen, ist ja auch bei vielen überraschend so gekommen, dass Schalke einen Trainer aus Belgien verpflichtet. Und Gerrads hat aber auch im zurückliegenden Sommer andere Angebote und hat dort auch Absagen verteilt. Klubs, die konkret waren, sechs. Ich habe mich direkt nicht auf das erste Projekt gestürzt. Ich wollte das gute Gefühl haben und einen Verein wählen, der zu mir passt. Schalke wollte mich unbedingt haben. Das hat auch eine Rolle gespielt. Es hat mich nicht davon abgehalten, dass die Saison hier bereits begonnen hat. Ich wusste im Voraus, dass es ein Verein sein würde, der schwerben würde, denn nur diese Vereine entlassen ihren Trainer. Bleibt Gerrads also auch durchaus sachlich damit, dass es natürlich nicht so optimal ist, während einer Saison einzusteigen, aber ist natürlich auch dann durchaus logisch. Und Gerrads hat ja auch sehr viele Veränderungen vorgenommen, nachdem er ja angefangen hat und auch da dann nochmal was Interessantes zugesagt. Weil ich es wirklich für notwendig hielt. Dieses erste Spiel hat mir viel beigebracht. Ich habe viel Schlechtes gesehen, aber auch Gutes. Während dieses Spiels habe ich mir gesagt, das geht einmal, aber nicht zweimal, wurde Gerrads hier nochmal deutlich mit diesem ersten Auftritt beim KSC. Und da hat der Newsbot auch nochmal nachgefragt, ob er denn auch ein Beispiel geben könnte, was dort vielleicht so ganz schlecht gelaufen ist. Und da hat Gerrads gesagt, das behalte ich lieber für mich. Und dann ist natürlich auch auf Schalke immer wieder das Thema Druck da. Wir Fans sind natürlich auch ein gewisses Mittel dafür, vielleicht auch Druck zu erzeugen. Und dazu hat sich Gerrads auch nochmal geäußert. Im Moment macht es mir wirklich Spaß. Ein so volles Stadion gibt einem Kraft und Halt. Für solche Momente macht man das. Ich habe keine Angst vor den Reaktionen im Stadion, wenn wir verlieren. Ich möchte etwas Druck auf dem Kessel haben. Meine Familie war übrigens beim ersten Heimspiel dabei. Sie konnten so mit eigenen Augen sehen, warum ich mich für diesen Verein entschieden habe. Schauen Sie sich um. Das Stadion sieht fantastisch aus, nicht wahr? Gleiches gilt für das Ausbildungszentrum. Und Druck gibt es natürlich auch von den deutschen Medien bezüglich seiner Deutschkenntnisse. Und darüber wurde extrem viel diskutiert. Karre Gerrads hat das für sich auch nochmal eingeordnet. Ich spüre hier zwar mehr Druck, aber zum Glück kann ich ihn gut abschütteln. Der Verein hatte mich bereits davor gewarnt, den Druck von außen zu unterschätzen. Schalke ist immer noch der zweitgrößte Verein in Deutschland. Es spielt keine Rolle, dass sie jetzt in der zweiten Liga antreten. Alles, was hier passiert, steht weder auf der Titelseite der Zeitungen oder auf Seite 2. Und jeder hat hier eine Meinung. Deshalb unterschätze ich sie nicht. Und ich finde, damit hat Gerrads auf jeden Fall schon mal ganz gut verstanden, wie dieser Klub eben auf jeden Fall tickt und was eben auch alles mit einhergeht, Schalke-Trainer zu sein. Und apropos diese deutsche Sprache, auch dazu hat er sich nochmal geäußert, wie es mittlerweile so aussieht nach einem Monat auf Schalke. Ganz gut, ich verstehe ziemlich viel. Das Sprechen ist immer noch schwierig, obwohl ich es mit einer Reihe von Mitarbeitern mache, um es zu lernen. Ich kann gar ein Datum nennen, an dem ich es vollständig beherrschen werde, aber ich möchte es unbedingt schaffen. Ich denke, dass es wichtig ist, sich anzupassen. Und ich liebe es, eine weitere Sprache zu lernen. Während dieser vier Monate ohne Arbeit habe ich sogar versucht, zu Hause etwas Spanisch zu lernen. Also wirklich sehr interessante Aussagen hier von Karre Gerrads gegenüber Newsblatt. War echt mal interessant, diese Sachen nochmal so zu lesen, wie eben auch Gerrads bestimmte Tage, bestimmte Prozesse, er bei seiner aktuellen Schalke-Zeit bereits somit aufgenommen hat. Und dann gibt es ja bald bei uns auch nochmal einen neuen Mann mit Matthias Tillmann als Vorstandsvorsitzender. Und Axel Hever hat sich nochmal gegenüber dem Kicker ausführlich über die Personalie unterhalten, auch nochmal ein paar Details prei gegeben. Unter anderem hat er auch nochmal ganz klar etwas betont, bezüglich der Außendarstellung des Vereins. Das Wichtigste sind ja langfristiges Konzept und die nötige Ruhe, um das umzusetzen. Das ist wichtiger, als ein Interview mehr oder weniger zu geben. Selbstverständlich stießt das nicht aus, dass ein Verein mindestens ein, zwei Personen braucht, die dauerhaft in der Öffentlichkeit stehen. Aber nicht, weil sie das Scheinwerferlicht suchen, sondern weil sie die Position des Vereins selbstbewusst nach außen vertreten. Und genau dafür soll eben auch Matthias Tillmann als neuer Vorstandsvorsitzender kommen. Denn auch die Kritik an Bernd Schröder war ja durchaus da, dass er eben nicht medienwirksam genug war, nicht sichtbar genug war, vielleicht auch für uns Fans. Und deswegen ist es eben auch für Hefer wichtig, dieses Thema anzugehen. Natürlich hat er nochmal betont, geht es um die Balance, nicht zu viel, nicht zu wenig eben auch in Sachen Interviews zu machen. Und diese perfekte Mischung soll eben auch Matthias Tillmann finden. Und dazu hat sich Axel Hefer auch nochmal geäußert. Unsere Erwartung ist, dass Matthias Tillmann deutlich visibler sein wird. Er ist der Mann, der in der Spitze stehen und nach außen die nötige Ruhe ausstrahlen wird. Wir sind sicher, dass er einen engen Bezug zum Kernprodukt aufbauen wird. Schalke 04 bedeutet viel Dynamik, riesiger Druck, komplizierte politische Gemengenlagen. Damit darf man nicht fremdeln und das wird Matthias Tillmann nicht. Sein Erfahrungsschatz ist sehr breit und das ist gerade für einen Vorstandsvorsitzenden sehr wichtig. So bringt er neben Erfahrung im Bereich Marketing und Sponsoring auch Kenntnisse in Finanzen, Strategie, Produktentwicklung und Content-Produktion ein. Und das ist natürlich auch durchaus interessant, denn Hefer und auch Matthias Tillmann kennen sich ja bereits und das über mehrere Jahre und darüber wurde ja auch sehr viel diskutiert. Hefer hat das für sich auf jeden Fall nochmal eingeordnet. Wir haben sieben Jahre lang bei Trivago zusammengearbeitet, mehrere Jahre davon auf Vorstandsebene. Wir kennen uns also sehr gut. Und genau deswegen gab es ja auch durchaus Kritik an dieser Findungskommission, warum es eine solche braucht, wenn es am Ende dann doch wieder ein Vertrauter von aktuellen Mitarbeitern wird. Das sieht aber Hefer ein bisschen anders, denn Tillmann sei nicht der einzige Kandidat gewesen. Es gab eine ganze Reihe von starken Kandidaten. Nur weil ich ihn schon lange und gut kenne, macht ihn das nicht automatisch zum Top-Kandidaten. Ich habe die Wahl nicht allein getroffen. Und somit wird es auf jeden Fall spannend, wie eben auch da Matthias Tillmann agieren wird. Er soll Schalke somit auf jeden Fall anführen. Er soll zu einem Gesicht von Schalke werden, auch durchaus medienwirksam agieren. Und ich denke mal, das ist auch grundsätzlich erstmal richtig. Über das Fußball-Know-how wurde ja auch diskutiert, warum es vielleicht jetzt jemand wird, der nicht aus dem Fußballbereich kommt. Auch dazu hat sich Hefer nochmal geäußert. Er ist Vorstandsvorsitzender, nicht Vorstandssport. Er wird sicher in seiner Rolle in den Sport einbringen, das ist so besprochen. Matthias hat selbst in der 4. Liga gespielt und kennt sich gut im Fußball aus. Detailfragen wird er im Zweifel immer mit den verantwortlichen Personen aus dem sportlichen Bereich klären können. Hat Hefer hier nochmal gegenüber dem Kicker klar gemacht. Also auch durchaus spannende Aussagen hier von unserem Aufsichtsrat-Boss Axel Hefer bezüglich der Personalien Matthias Tillmann. Ich denke mal, die Kritik an der Einstellung, die war auch durchaus berechtigt. Jetzt geht es aber wirklich darum, dass Tillmann gut arbeiten wird. Dass er natürlich auch eine logischerweise faire Chance von allen bekommt. Und da bin ich echt mal gespannt, wie die Zusammenarbeit auf Schalke funktionieren wird und was wir Fans eben auch von Matthias Tillmann so mitkriegen werden. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Denkt an die Pressekonferenz heute Mittag. Da gibt es sicherlich nochmal ein paar spannende Details zum Gegner, natürlich auch zum Personal. Und dann sage ich, macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.